Immer wenn ich zu Hause bin, dann sitze ich immer eigentlich am Bildschirm. Nicht die ganze Zeit natürlich, aber die meiste Zeit sitze ich am Bildschirm. Sorry Mama, wenn du das jetzt hörst, aber ich habe mich nicht immer in die abgesprochenen Medienzeiten gehalten. What? Ich weiß nicht, ob ich echt später Bock habe, mir ein Auto zu holen, selbst wenn ich dann darauf angewiesen wäre. Weil mit dem Weg ist einfach, weil man dann noch mehr von den täglichen Wegen einfach sitzt, einfach nur rumsitzt. Innerhalb von unserer anarchistischen Blase oft auch die Leute uns da total idealisieren, teilweise auch. Und dann nur sehen, was wir da für ein Output haben und so weiter. Und wie trostlos auch oft unser Leben ist. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Wie viele Stunden sitze ich eigentlich am Tag vor irgendwelchem Bildschirm? Am Handy, vor dem PC, vor dem Fernseher, am Chatten, am Spielen, am Arbeiten, am Betäuben. Manche Nächte kurz vor dem Schlafen gehen, nach Stunden um Stunden vor leuchtenden Schirmen schießen mir die Sätze, die MGMT einst gesungen hat, in den Kopf. Wondering where the hours went as I'm losing consciousness. Aber wirklich einmal auszurechnen, wie viel Zeit ich mich in diesem elektronischen Elysium aufhalte, verbietet mir mein Bauchgefühl dann doch. So wie mir geht es sicher vielen von euch. Wer weniger als drei Stunden am Tag in irgendeiner Funktion auf einen Bildschirm start, soll vortreten. Die meisten von uns sind alleine schon, wie ich, durch Arbeit, Ausbildung oder Studium genau dazu gezwungen. Was macht das eigentlich mit uns? Über unsere Medienabhängigkeit und die Erfahrung mit eben dieser in unserem Umfeld sprechen wir beide heute in der 85. Folge von Über Tage. Ja, ihr wünscht euch das ja auch immer mal wieder von uns, dass wir über persönliche Themen sprechen und in irgendeiner Form Folgen realisieren oder das Einfließen lassen in Folgen unserer persönlichen Erfahrungen, was wir so erleben oder erlebt haben. Und das wollen wir jetzt ab und zu mal umsetzen. Und beginnen tun wir heute mit dem Thema Medienabhängigkeit. Und das passt ja auch sehr gut. Für uns als Medienprojekt ist es ja auch ein ganz zentrales Thema und ein wichtiges Thema, was es zu bearbeiten gilt. Und genauso passend ist auch der gewählte Tag, diese Aufnahme dafür. Ich nehme euch mal mit in meinen Tag, den ich heute hatte. Es ist jetzt ungefähr 16 Uhr. Mein bisheriger Tagesablauf bestand daraus, dass ich zwei Stunden FIFA gespielt habe. Ich habe eine Stunde im Homeoffice Lohnarbeit betrieben am Laptop. Ich habe eine Stunde mit Joshua zusammen Bullshit-Videos auf YouTube geguckt und eine Folge mit offenen Karten von Arte über China. Und dann habe ich noch eine Stunde diese Folge vorbereitet und alles Mögliche an Kleinkram im Internet noch betrieben. Instagram, dies, das. Ich bin heute so grob um 10.30 Uhr aufgestanden. Also habe ich von den fünfeinhalb Stunden, die ich wach bin, in irgendeiner Form fünf Stunden an Bildschirmen verbracht. Die verbleibenden halben Stunden habe ich damit vergeudet, die Wohnung aufzuräumen. Und ich frage mich jetzt hier an dieser Stelle, warum habe ich eigentlich Augenschmerzen? Also tatsächlich habe ich heute echt extreme Augenschmerzen und hatte mich auch gerade noch, bevor wir jetzt aufgenommen haben, noch mal 10 Minuten einfach ins Bett gelegt und die Augen einfach zugemacht. Und das trotz meines Blaulichtsfilters in der Brille, die ich mir zugelegt habe. Was ja jetzt auch ein ganz großer Trend ist, weil alle möglichen Leute immer Kopfschmerzen bekommen und Probleme mit den Augen, weil so viele Leute immer vor dem Bildschirm sitzen. Ja, ich denke, dieser Tagesablauf ist natürlich jetzt nicht immer so bei mir. Natürlich nicht, aber häufig schon. Und deswegen wollen wir auch so ein bisschen damit durchstarten, so ein bisschen aufzuführen, grob durchschnittlich. Was ist eigentlich so unser Medienkonsum und was haben wir für Gedanken dazu? Also Joshua, wie viel Zeit verbringst du so grob am Tag an Bildschirmen? Ist ja immer wirklich schwer zu sagen, weil man ja kein richtiges Buch darüber führt. Und was für Gedanken hast du dazu? Ja, du hast es ja auch schon gut eingeleitet mit deinem Tag. Da muss man jetzt sagen, mein heutiger Tag ist einfach nicht sonderlich repräsentativ dafür, weil neben der Stunde, die ich mit dir mit offenen Karten und Moneyboy-Koch-Videos oder Ähnlichem verbracht habe, habe ich eigentlich nur, also seitdem ich wach bin, noch, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde am Handy oder so was gemacht und sonst eigentlich, ja, gar nicht auf dem Bildschirm geguckt. Aber wenn es jetzt wirklich um so einen Tagesdurchschnitt geht, dann muss man bei mir ja schon alleine hochrechnen, natürlich das, was wöchentlich so für den Podcast drauf geht, was schon, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das mal so explizit ausgerechnet haben. Wir haben das ja, glaube ich, euch auch schon ein paar Mal in so einer Special-Folge Letztes Weihnachten mal gesagt oder mal im Stream. Aber da kommen ja auch schon einige Stunden über die Woche zusammen, gerade was irgendwie so Folgenvorbereitung angeht, den Livestream etc. Ich meine, schneiden mache ich ja jetzt nicht, aber diese ganzen Sachen, die läppern sich ja schon. Dann ist natürlich auch so, dass ich eigentlich immer, wenn ich in der Woche arbeiten bin, bei mir in der Bibliothek, ich auch fast nur auf ein Bildschirm gucke. Dadurch, dass da die meisten Aufgaben halt in der Bibliothek liegen, man retro-katalogisiert beispielsweise, was ich jetzt mache oder dann in andere, kleinere Aufgaben macht. Dann kommt natürlich noch das Studium hinzu, wo viel, viel mehr einfach seit Corona auch online gemacht wird. Früher war es so, dass wir auch viel einfach mit Büchern gearbeitet haben, aber das kommt dann auch noch drauf, dass man viel mehr Zeit einfach über elektronisch bereitgestellte PDF-Dateien oder dann da in Foren verwendet und auch während den Stunden, also während den Vorlesungen, während den Seminaren schon daran arbeitet. Naja, und dann kommt noch all das andere hinzu. Sei es, was wir beide, das ist ja bei dir dann logischerweise nicht anders, das, was wir beide an Zeit einfach auf Serien, auf YouTube-Videos verwenden. Und was jetzt bei mir nicht mehr so eine große Rolle spielt wie früher, sind natürlich Videospiele, wobei das auch von Zeit zu Zeit immer wieder kommt, wie jetzt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in Disco Elysium, während du weg warst. Das waren ja jetzt so circa zwei Wochen und in diesen knapp zwei Wochen hatte ich, glaube ich, jetzt noch mal, was war das, 35 Stunden Disco Elysium gezockt, so in einem Durchgang. Und da kann man sich das ja ungefähr ausrechnen. Das sind ja mehr als zwei Stunden pro Tag. Natürlich war das nicht immer so klar aufgeteilt, aber schon alleine, was das dann noch an Bildschirmzeit drauf macht. Und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ich könnte es jetzt nicht so explizit sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass gut ein Drittel, bis eher die Hälfte meiner wachen Zeit in irgendeiner Art und Weise vor einem Bildschirm verbracht wird. Wie ist das denn bei dir? Ja, also in der Zeitspanne kann ich mich, denke ich, auch gut anschließen. Ist ja wirklich schwer zu sagen, wie das durchschnittlich ist, weil man ja auch einfach mal zwischendurch Tage hat, wo man fast gar nicht am Bildschirm ist durch irgendwelche Ereignisse, weil man einfach viel unterwegs ist oder so. Oder eben dann wiederum Tage hat, wo man gar nicht irgendwas anderes macht gefühlt, wo man dann wirklich zehn Stunden eigentlich vor irgendwelchen Bildschirmen verbringt. Und so ähnlich wie du es beschrieben hast, ist es schon auch bei mir. Also ich habe über die Arbeit als Bürotätigkeit, da verbringe ich 90 Prozent der Zeit eigentlich vor Bildschirmen. Klar, Videospiele ein bisschen, wobei das eigentlich überschaubar ist. Selbst wenn ich jetzt heute zwei Stunden FIFA gespielt habe, ist es schon mehr, als ich eigentlich jetzt in der ganzen letzten Zeit auch oft gespielt habe. Ja, dann natürlich das, was wir zusammen machen, aber auch, was man so einfach investieren muss an Arbeit über dem Podcast. Da ist natürlich auch eine Sache von, ich glaube, ich habe das schon mal an irgendeinem Punkt gesagt, aber ich hatte ja ganz lange Zeit kein Handy. Also wirklich so über viele, viele Jahre hatte ich keins. und habe auch bewusst gesagt, so, boah, immer wenn ich zu Hause bin, dann sitze ich immer eigentlich an Bildschirmen. Nicht die ganze Zeit natürlich, aber die meiste Zeit sitze ich am Bildschirm. Dann habe ich halt gesagt, wenn ich mir jetzt ein Handy noch hole, dann bin ich auch noch, wenn ich unterwegs bin, die ganze Zeit am Bildschirm. Und ich bin halt froh, wenn ich, wenn ich draußen bin, nicht die ganze Zeit an einem Bildschirm sitze. Und dann habe ich tatsächlich, ich wollte es nie haben, habe es halt immer mega verachtet und habe dann mich dazu entschieden, ein Handy zu holen, weil es nicht anders geht. Weil das Projekt, was wir jetzt eben machen, mit über Tage, mit Instagram und so, da brauchst du halt ein Handy, um diese App überhaupt verwalten zu können. Und das war tatsächlich der Bewusstsein entscheidende, dass ich gesagt habe, okay, ich werde auf jeden Fall süchtig danach werden. So, das gibt gar keinen Ausweg. Wenn du dieses Ding einmal hast, dann kriegst du es auch nicht los. Jetzt hat sich natürlich dadurch meine Zeit auch nochmal verschlimmert, weil das einfach so greifbar ist. So ist es im Prinzip bei mir. Und ich muss auch wirklich sagen, dass sehr viel von politischer Arbeit auch tatsächlich an Bildschirmen stattfindet. Also mit dem Schnitt und mit Texte schreiben und Texte lesen und alles Mögliche, das spielt dann schon viel da auch eine Rolle. Allgemein würde ich jetzt einfach nochmal sagen, um das so ein bisschen einzuordnen für mich, es ist immer so ein Hin und Her. Es gehört einfach zu meinem Alltag dazu. Es ist nicht was, was mich immer krass belastet oder so, aber es gibt dann immer so Phasen, wo man darauf dann blickt und wo man das so reflektiert und sich dann so denkt, so boah, Alter, das ist eigentlich voll verrückt. So eigentlich ist das voll verrückt und ist eigentlich total, ja auch auf vielen Weisen auch schädigend und mich einengend und ja so reduzierend auch. Wenn du halt die ganze Zeit eben in so einen Bildschirm reinstarrst, dann fühlt sich das auch nicht wirklich nach einer Form von intensivem Leben eigentlich an. Was ich mir immer dazu denke, wie sehr einen das auch selber konditioniert, einfach durch diesen Alltag, dass man sich so daran gewöhnt, dass dann, wir haben jetzt primär eben über so unser Tagesgeschäft im Endeffekt gesprochen, war es auch, wenn man sich mit der Freundin, mit Freunden trifft, dass man dann selbst, wenn man diesen Anspruch hat, so jetzt verbringe ich Zeit mit einem anderen Menschen nochmal außerhalb von meinem Alltag oder auch natürlich als Teil des Alltags, dann möchte ich jetzt auch nicht wieder dieses Ganze, was ich mit Arbeit, Politarbeit, Studium etc. schon habe, machen und auch da mehr Zeit eben außerhalb vom Bildschirm verbringen, aber dass man da dann auch schon so drin ist, dass man dann ganz häufig in diese Muster verfällt und eigentlich aktiv auch dagegen arbeiten muss. Das fällt mir persönlich jetzt an manchen Tagen leichter, an manchen schwerer, aber ich merke doch, wie stark das einfach drin ist und wie sehr auch die eigenen Interessen sich dann eben daran anpassen, an dieses, wenn ich etwas mache, dann hat es irgendwas mit einem Bildschirm zu tun. Wenn ich was konsumieren möchte, wenn ich irgendwas erleben möchte, dann ist es ja so einfach, dieser Bildschirm, der ist da, der ist so greifbar. Und ich würde auch wirklich ganz offensiv sagen, dass es meine einzige richtige Sucht eigentlich ist, die ich habe. Es gibt sicherlich ein paar Punkte, wo das auch suchtähnlich ist, aber wenn ich das jetzt so richtig, wie bestimmt das für mein Leben ist und wie stark mich das dann letztendlich auch in der Hand hält und auch, dass ich da auch gar keinen Ausweg daraus eigentlich sehe, allein schon durch die Notwendigkeiten, die damit einhergehen, nehme ich das eigentlich schon so als die einzigste Sucht wahr, die ich so für mich habe. Auf jeden Fall die bestimmste. Aber ich meine, ich möchte jetzt gar nicht die Ernsthaftigkeit daraus nehmen. Ich würde jetzt sagen, bei mir ist es vielleicht auch noch eine Koffeinsucht. Ja, so etwas habe ich nicht. Ja, das stimmt. Aber natürlich, für unser Leben ist das wirklich wahrscheinlich die entscheidendste Sucht. Ich meine, wenn es so ein großes Thema ist und so relevant jetzt für unser Leben ist, dann ist es ja auch spannend, sich nochmal anzuschauen, wie entsteht das eigentlich? Woher kam das bei uns? Und genau deswegen wollen wir jetzt als weiter und tiefer gehenden Punkt uns nochmal anschauen, wie sah das eigentlich in unserer Jugend, in unserer Kindheit aus? Wie sind wir zu den Junkies geworden, die wir heute sind? Also einmal ist es ja wirklich ganz spannend zu betrachten, dass der Stand der Verfügbarkeit und der Medien damals einfach in unserer Jugend tatsächlich ein anderer war, als er heutzutage ist. Weil es gab einfach keine Handys. So, das muss man erst mal ganz am Anfang direkt feststellen. Das gab es einfach nicht. Oder wir haben halt diesen Anfang von Handys mitbekommen, mit diesen Tastendingern, die dann eh kaum jemand hatte und die halt riesige Klötze waren und so. Das primäre Medium, was ich eigentlich in meiner Jugend erst mal konsumiert habe, war Fernsehen. Das war ja erst mal das Primäre. Da natürlich auch eine Menge. Also das ist eben auch was, was natürlich sehr spannend war. Aber ich hatte das halt auch so, dass relativ stark reglementiert war von zu Hause aus. Also dass darauf auch geachtet wurde, dass ich eben nicht so viel Fernsehen schaue. Und alle folgenden Entwicklungen, die es dann gab, also mit Gameboys, mit generell Spielekonsolen, mit PCs und so weiter. Das habe ich alles dann auch später gehabt in irgendeiner Form. Aber es hat länger gedauert, sage ich mal. Es war halt immer ein bisschen reglementiert und wir waren immer so ein bisschen hinter der Entwicklung hinterher, weil das meiner Mutter speziell halt wichtig war, dass man da nicht so drauf absteigt. Was für mich halt so eine richtig krasse Erfüllung war, war halt mein erster Gameboy. Ich glaube, ich habe das auch schon in der Folge zum Thema Gaming und Videospielkultur, die wir mal gemacht haben, gesagt. Aber das war wirklich so ein Ding, da hat sich für mich so eine Welt eröffnet, weil einfach ich eh ein Mensch bin, der einen sehr großen Spieltrieb hat. Dieses Spielgerät hat mir dann auf jeden Fall nochmal einen neuen Horizont irgendwo geöffnet. Und das Gleiche oder in ähnlicher Form war es natürlich, als man dann den ersten eigenen PC hatte, Internetzugang, all das. Das war natürlich dann, hat dann das dann angefixt. Da finde ich immer die ganz wichtige Frage, wenn man eben von Eltern spricht, die beim Fernseher so ein bisschen draufgeschaut haben, durftest du nur Kika gucken? Das weiß ich nicht mehr so genau. Also ich habe auf jeden Fall auch so Sachen wie Super RTL und so geschaut, aber ich weiß nicht, kann es sein, dass es halt so Altersstufen gab, wo sich das dann erst entwickelt hat oder so. Ja, ich glaube, das ist bei mir auch nochmal dann einfach von der persönlichen Biografie so ein bisschen anders gewesen. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal bei anderen Punkten irgendwie angesprochen, dass du dann so dieses klassische, okay, hier Haushalt, wo eben genauer draufgeschaut wird und auf das Ganze ganz viel geachtet wird. Und bei mir war es einfach dadurch nicht gegeben, dass meine Mutter alleinerziehend war, ich nur ab und zu bei meinem Papa war, ich deswegen den meisten Tag alleine war, weil sie eben arbeiten war, dann auch meistens einen Nebenjob danach hatte und dann erst abends, spätabends nach Hause kam. Und dementsprechend hatte ich natürlich nicht direkt, weil es ist ja auch immer noch das Gewissen mit dabei, wenn dann gesagt wird, ja, mach mal nicht so viel, aber schon größtenteils einfach freie Handhabe darüber. Was bei mir, dadurch, dass ich eben in so einer Nachbarschaft mit mehreren Mehrfamilienhäusern groß geworden bin, dann auch mit irgendwie Spielplatz, Wiese, hinten zwischen den Häusern und so was, einfach auch sehr viel einfachen Kontakt mit Leuten hatte, weil ich einfach nur hinten auf die Wiese gehen musste und dann habe ich irgendwie Fenster geguckt oder so und dann irgendwie, keine Ahnung, ist August da, ist Antonio da oder so. Dann konnte man da einfach mal hochrufen oder anklingen und dadurch waren immer Leute irgendwie unterwegs und man hat auch viel draußen gemacht. Aber natürlich hatte ich auch Zugang zu den Medien, wo ich eigentlich dann Bock dran hatte, weil, ne, sorry Mama, wenn du das jetzt hörst, aber ich habe mich nicht immer an die abgesprochenen Medienzeiten gehalten. What? Ja, und ich glaube, bei mir war das auch wie bei dir eben mit dem Game Boy so ein Ding, da hatte ich dann damals den Game Boy Color, da hat man natürlich dann viel Pokémon gezockt. Was bei mir so richtig stark im Kopf aber drin ist, was ganz viel da einfach begrenzt hat, vor allem beim Thema Gaming war, dass nicht jeder eine Konsole hatte, dass ich ganz lange eben keine Spielkonsole zu Hause hatte und dass dadurch vielmehr noch so ein kollektives Ding war, dass man immer wusste, ah, warte mal, der hat eine PS2, warte mal, ja gut, eine Xbox hatten damals irgendwie nicht so viele. Und dann später, ah, die haben eine Xbox 360 und so, da kann man hingehen, da kann man dann Splitscreen zocken. Das war irgendwie voll das Ding. Und dadurch hatte das auch noch viel mehr so einen kollektiven Charakter, dass man das dann immer zusammen gemacht hat. Keine Ahnung, dann gab es noch Essen irgendwie, Familien von Freunden oder so, da hat man das wirklich mehr als so ein kollektives Ding irgendwie zusammen gemacht und ist dann nochmal rausgegangen, da wurde man nochmal rausgeschickt und gesagt, jetzt zockt nicht die ganze Zeit, spieg nochmal eine Runde Vorwürste oder so. Das war eigentlich dadurch noch viel mehr dieser kollektive Rahmen, als wie ich es jetzt heute kenne, wenn ich irgendwie sehe, wie Kids heutzutage dann damit aufwachsen. Ja, aber ansonsten sind wir uns da wahrscheinlich recht ähnlich, gerade was Fernsehen angeht. Ich wurde dann eben durch dieses ganze RTL 2 Nachmittagsprogramm sozialisiert und ich weiß noch, das war voll das Ding, dass ich wirklich nach Hause gekommen bin. Ich habe dann immer bei meiner Oma eben gegessen und es war schon klar, sie setzt sich dann mit dem Essen mit mir, manchmal habe ich es dann noch schnell eben in der Küche mit ihr gegessen, aber sie setzt sich dann mit dem Essen mit mir ins Wohnzimmer und wir gucken zusammen das RTL 2 Nachmittagsprogramm. Das war dann immer Yu-Gi-Oh! Dragon Ball so. Das hatte ich dann so drin. Ja, ich glaube, das hat dann auch schon so ein bisschen dieses Ganze ansozialisiert von, auch dieses Fernsehen mit festen Zeiten zu verbinden und das und das sind die Zeiten, in denen ich immer Medien konsumiere. Ja, was bei mir vielleicht noch ganz spannend ist, dass das auch natürlich nicht so konfliktfrei abgelaufen ist, wenn ich gesagt habe, dass das auch so ein bisschen reglementiert war. Wir hatten auch keine Spielekonsole, sondern nur dann später dann diesen einen PC und der war dann eben in einem so einem Kellerraum. Ich war dann häufiger, für mich war die Schulzeit ja ziemlich beschissen, das habt ihr auch schon in der Folge zu Schul und Bildung, die auch wirklich super ist, wo ihr noch mal reinhören könnt, auch so ein bisschen erzählt. Ja, wenn ich dann häufiger mal zu Hause geblieben bin, da wollte ich natürlich dann zocken, wenn ich dann zu Hause bin und ich so irgendwie geschwänzt habe oder ja, mir ist es nicht so toll ging, aber eigentlich ging es so, um noch zu spielen. Und dann gab es natürlich auch diese Auseinandersetzung und dann habe ich auch schon mal probiert, irgendwie eine zugeschlossene Tür aufzubrechen oder solche Geschichten, wo dann halt der PC drin war. Und ich denke, das ist natürlich immer dieses Spannungsverhältnis, was ist gut, was zu verbieten, was zu erlauben. Das ist ja etwas, was für Eltern auch wirklich eine sehr schwierige Frage ist, speziell in dieser Zeit in der großen Verfügbarkeit. Generell, wenn man jetzt, wenn man dann jetzt ein bisschen später denkt und wenn man jetzt eben so eher in diese Richtung denkt, okay, man wird halt selbstständiger, man kann das halt selber mehr bestimmen, dann ist das natürlich auch genauso die Zeit eigentlich gewesen, wo das mit Internet dann so richtig losging, glaube ich, so grob bei uns beiden, wo das dann auch wirklich viele Leute gemacht haben und wo du natürlich dann auch schon in der Schule damit ansozialisiert wurdest, mit irgendwie Schüler vor Z und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, darüber sind wir auch so ein bisschen ja letztendlich die erste Generation Internet tatsächlich und die halt auch wirklich damit aufgewachsen ist, die das so verinnerlicht hat, die erste Generation. Das macht natürlich auch dann was mit allem. Ja, absolut. Ich würde auch sagen, dass das Internet da eben nochmal ganz viel geändert hat. Natürlich gab es auch diese Anfangszeit, wo das einfach noch nicht so relevant war, wo es auch schon existiert hatte. Aber was wir ja wirklich mitgemacht haben, sind im Endeffekt das, was viele dann im Nachhinein immer so als die goldenen Jahre des Internets bezeichnen. Und das war ja auch noch, dass dann auf einmal man ganz schnell herausgefunden hat, warte mal, ich kann so viel, was mir eigentlich vorher verwehrt geblieben ist, irgendwelche Filme, die online gestreamt werden, damals noch über Kino.de ohne X, ganz viel Informationen, die mir sonst nicht zugänglich sind, die ich mir einfach holen kann. Das war für mich auch so ein Riesending. Warte mal, also wirklich Wikipedia, aber auch für mich so eine riesige Entdeckung, schon irgendwie mit 13, 14, wo ich dann Stunden um Stunden damit verbracht habe, mich in irgendwelche Themen einzulesen, weil ich auf einmal eine ganze Bibliothek, ohne diesen ganzen Hustle von wegen, ich muss jetzt da hingehen, Bücher ausleihen, Bücher zurückgeben, alles ist auf einmal verfügbar. Da bin ich auch so reingestiegen. Das haben wir auch damals richtig kultiviert. Also wir hatten auch wirklich dann im Endeffekt uns richtig dieser Subkultur dann in so einem Freundeskreis angeschlossen, von diesem ganzen Newgrounds schauen, diese ganzen Flash-Games zocken, auf YouTube die obskursten Sachen dann irgendwie raussuchen, alles im Endeffekt an Informationen verfügbar haben, sich da einlesen. Es war ja wirklich, gerade glaube ich für unsere Generation, noch dieser komplett unreglementierte Reizüberfluss, den es dann gab, den es jetzt auch gibt, aber eben auf eine andere Art und Weise, weil ich würde sogar behaupten, dass die Jugend heute besser darauf vorbereitet ist, als wir das teilweise waren, weil sie eben schon in eine viel reglementiertere und in eine viel bereinigtere Version des Internets im Endeffekt einsteigen. Also was vielleicht ganz spannend ist, dass dieser Bereich Videospiele eigentlich nie so, also das war eine Sache, das ist ein ganz wichtiges Hobby von mir und das habe ich immer praktiziert und es gab sicherlich auch immer Phasen, wo das auch problematische Äußerungen hatte, aber da hatte ich immer schon eine sehr starke Selbstwahrnehmung bis heute, okay, da besteht eigentlich keine große Gefahr für mich jetzt eine Form von Abhängigkeit in dem Sinne zu entwickeln. Also ich habe immer eigentlich auch schon damals Spiele irgendwann überdrüssig gehabt oder das überdrüssig gehabt, die ganze Zeit nur zu zocken oder so. Auch wirklich anders als Freunde von mir, also ich habe auch wirklich einfach Freunde in der Schulzeit erlebt, die abgeschmiert sind da drauf und die nichts mehr anderes gemacht haben und deren Leben daraus bestanden hat, das ist ja scheiße. Aber was eigentlich so reinkickt, ist dann genau diese Entwicklung vom Internet, und dass sich alles darüber abspielt, auch dann später natürlich die politische Arbeit so viel darüber abspielt, weil es so ein wichtiges Medium für Agitation ist. Ich denke, deswegen ist es so wichtig, das nur mal zu betonen, dass es allgemein um diese Medienabhängigkeit geht und es nicht irgendwie um Videospiele oder sonst was, sondern dieses, du bist immer damit konfrontiert, ist es überall, ist es in allen Teilen deines Lebens ein wichtiger Faktor, der nicht rauszudenken ist. Deswegen wollen wir jetzt noch mal so wieder da zu übergehen, okay, wir haben jetzt so beschrieben, wir sind wieder hingekommen, wie gestaltet sich das in unserem Leben, was sind die Folgen davon und wie gehen wir damit um? Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen jetzt den wirklich sozialen Folgen, die wir hier und da schon angeschnitten haben, und den gesundheitlichen Folgen, die wir auch schon ein paar Mal angeschnitten haben. Ich glaube, letzteres, gerade die sozialen Folgen, sind ja jetzt viel populärer und viel mehr betrachtet, aber vielleicht kann man ja auch noch mal kurz eben auf gesundheitliche Folgen eingehen, weil es jetzt nicht mal so eine große Rolle spielt. Ich meine, wir kennen es natürlich alle, guckt nicht so lange Fernsehen, dann kriegst du viereckige Augen, hat meine Oma immer gesagt. Habt ihr recht. Habt ihr recht. Tatsächlich ja. Also nicht, dass die Augen viereckig sind, aber es ist ja inzwischen jetzt schon ganz gut nachgewiesen, dass langes Starren auf ein nah vor dir liegendes Objekt dazu führt, dass du Probleme mit deiner Sehkraft kriegst. Also dieser super starke Anstieg eben von der Notwendigkeit von Brillen. Falls ihr euch fragt, warum wir Brillenschlangen sind, hier ist die Antwort. Kann ja wirklich daran festgemacht werden. Da gibt es jetzt, glaube ich, gerade aus Taiwan sehr gute Studien zu, wo es dann aber natürlich auch darum geht, dass die Kids einfach in der Schule ausgedrucktes Papier haben und die ganze Zeit nach vorne gebückt, dann eben über diesem Papier hängen. Aber auf Bildschirme lässt sich das genauso anwenden. Und das ist wirklich so. Die Sehkraft verschlechtert sich einfach, wenn man immer nur auf ein nahes Objekt schaut. Dann kannst du schlechter in die Ferne schauen. Andere Folgen, die ich auch merke, ist, dass man viel mehr rumsitzt. Dass ich viel mehr Probleme als früher einfach habe mit irgendwelchen Verspannungen im Nacken, im Rücken, weil man immer, sei es bei der Arbeit, Studium, zu Hause, immer in einer ähnlich gehockten Position sitzt. Und das ist wirklich, glaube ich, für viele andere dann noch ein größeres Problem, wenn man dann auch nicht mehr den Ausgleich hat. So bei mir kann ich es vielleicht ein bisschen damit ausgleichen, dass ich vergleichsweise viel Sport mache und alle meine Wege laufe. Aber wenn ich jetzt überlege, und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich mir mal denke, boah, ich weiß nicht, ob ich echt später Bock habe, mir ein Auto zu holen, selbst wenn ich dann darauf angewiesen wäre, mit dem Weg, ist einfach, weil man dann noch mehr von den täglichen Wegen einfach sitzt, einfach nur rumsitzt. Das ist ja fast schon so eine evolutionäre Geschichte mittlerweile, weil das ja so ein kollektiv riesiges Phänomen ist, dass es bei so vielen Menschen so ist. Da hast du absolut recht. Und ich denke, was man auch nicht unterschätzen darf in diesem ganzen gesundheitlichen Bereich, ist die psychische Gesundheit. So, ich würde jetzt halt bei mir selbst sagen, dass, und das denke ich, geht vielen von euch auch so, das ist nicht der Ausgangspunkt von jetzt psychischen Problemen oder dass man halt mal ermattet ist oder müde ist oder mal eine depressive Phase hat oder sonst was. Aber es ist auf jeden Fall ein verstärkender Faktor, weil ich mich natürlich halt viel besser zu Hause einigeln kann, wenn es mir nicht gut geht und mich mit irgendwelchen Medien beschäftigen kann und darin versinken kann und das dann auch gut als Ablenkung natürlich verwende und verwenden kann, um die dann eigentlichen Probleme, die existieren, also so ein ganz klassischer Drogenmoment an der Stelle eigentlich, da von mir wegzuschieben und die nicht anzugehen, die Probleme nicht anzugreifen, sondern ja, einfach eine Serie zu gucken, einfach was zu zocken, einfach nur irgendwo im Internet abzuhängen. Wobei ich da sagen würde, und da kommen wir ja jetzt auch so ein bisschen in die sozialen Folgen, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Du hast es gerade angesprochen und ich kenne es auch von mir selber, dass ich Phasen hatte, in denen es mir wirklich einfach nicht gut ging, in denen ich keine Lust auf Leute draußen hatte, in denen ich wenig sonstigen Antrieb hatte, wo ich vielleicht generell auch einfach wegen gerade einer schwierigen Lebensphase richtig kaputt war, ich aber Zuflucht und auch wirklich Freude da drin gefunden habe, mich in irgendein Videospiel reinzustürzen, irgendeine Serie zu finden, die mir Halt und Trost gegeben hat, die auch natürlich, und das können wir jetzt hier nicht so abbilden, was Filme, was Serien, was Videospiele einem auch, wenn sie gut geschrieben sind, wenn sie im Endeffekt wirklich Weisheiten und Einblicke in das menschliche Leben in den menschlichen Zustand bieten können, einem bringen. Und deswegen möchte ich das nicht nur so negativ sehen, weil das habe ich auch schon häufig eben von anderen Leuten gehört, deswegen nicht nur bei uns beiden, dass es wirklich im Endeffekt ein Rettungsring sein kann, den man dann noch hat, wo man sich daran festhält und der einem dann wieder Kraft gibt, um eben aus diesem Loch rauszukommen. Aber natürlich ist es auch so, wie bei allen anderen Sachen, womit man sich zurückzieht, womit man sich eine Zuflucht schafft, eben aus dem alltäglichen, aus dem draußen stattfindenden Leben, dass man sich darin verfängt, dass man nur noch sich darin aufhalten kann, dass man abstumpft, dass man auch diese ganzen sozialen Skills verlernt außerhalb von sozialen Medien, von Videospielen oder noch schlimmer, dann nur innerhalb von Serien- und Filmkonsum sich aufzuhalten. Ja, und ich würde auch sagen, dass das zum Beispiel bei mir auch echt ein Faktor ist, dass ich mir auch über die Jahre ein immer perfideres und besseres System geschaffen habe, von wo ich sowohl auf einer Unterhaltungsebene in den eigenen vier Wänden unterhalten bin, als auch auf einer politischen Wirksamkeitsebene in den eigenen vier Wänden unterhalten bin. Das heißt, ich kann theoretisch eine Woche zu Hause verbringen und, also, da geht es mir dann bei Scheiße, wenn ich eine Woche zu Hause verbringe, keine Frage, nur ich könnte eine Woche zu Hause verbringen und wirklich sinnvolle Sachen in einem politischen sowie in einem spaßigen Sinne verbringen. Da hätte ich jetzt an sich von den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, kein Problem mit. Einfach, weil jetzt so ein Projekt wie über Tage lässt sich halt auch nicht die ganze Zeit, aber auch viel einfach von zu Hause zu produzieren. Auch so ein Projekt wie anarchismus.de, was wir hier mitgestartet haben, lässt sich da auch so verbringen. Hier entsteht natürlich auch eine gewisse Gefahr. Ja, und natürlich auch ein Kreis, in dem man dann schwer wieder rauskommt. Ich meine, man muss jetzt nochmal sagen, wir beide, wir stehen voll und ganz hinter diesem Projekt und das gibt uns auch super viel, das gibt uns auch super viel Flexibilität, weil wir ja sonst auch einen sehr vollen Zeitplan in unserem Leben haben. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch so, mit dieser Anpassung an den gesellschaftlichen Trend immer mehr hin zu sozialen Medien, immer mehr hin zu Propaganda im Internet. Ihr kennt ja auch alle dieser gigantische Zunahme auf einmal an politische Propaganda über Meme-Pages, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben und was unser Problem damit ist. Aber das ist ja auch nur eine Antwort auf diesen allgemeinen gesellschaftlichen Trend, wo sich immer und immer mehr da drin abspielt und immer weniger es einfach Vernetzung und Kampf in der direkten Nachbarschaft gibt. Natürlich können wir dem nicht komplett entgegenwirken. Ich meine, wir beide, wir sprechen ja auch in so vielen Folgen jetzt schon darüber, wie wichtig wir genau das finden, was ich gerade angesprochen habe, was es gerade nicht so gibt. Aber das ist auch gerade eben mit der Schwäche der anarchistischen Bewegung hier in Deutschland eine sehr große Gefahr, dass man immer mehr Fokus darauf legt, weil es halt so einfach ist, weil es so praktikabel ist, das in einer kleinen Personenzahl und mit wenig Infrastruktur zu leisten. Und das finde ich auch deswegen nochmal so wichtig, dass wir heute darüber sprechen, dass wir euch auch euch zeigen, gerade im Kosmos von diesem Influencing-Ding, Instagram und so weiter, wo wir natürlich dann auch letztendlich ein gewisser Teil von sind, von so einer schillernden Blase und auch innerhalb von unserer anarchistischen Blase oft auch die Leute uns da total idealisieren, teilweise auch, und dann nur sehen, was wir da für ein Output haben und so weiter und wie trostlos auch oft unser Leben ist. Und diese Trostlosigkeit, die liegt, finde ich, vor allen Dingen in Kontext dieser Mediensphäre auch drin. Wir haben uns auf der einen Seite haben wir uns auch tatsächlich eine reale schillernde Welt da geschaffen, wo wir auch selber total viele schöne Sachen auch in der Welt außerhalb dieses Mediums dann mit euch erleben, aber gleichzeitig haben wir auch aufgrund unserer Sozialisierung und auch unseres aktuellen Lebens da auch eine gewisse Traurigkeit drin. Und das finde ich einfach so wichtig zu betonen, dass wir da nicht in solchen Fragen so völlig abseits auch von euch oder so sind, nur weil wir dieses Medium auch selber teilweise bespielen oder bedienen. Und das ist uns auch ein Anliegen mit dieser Folge und mit dem Drumherum, was wir dann darum gestalten, auch zu zeigen, dass wir auch total oft abgefuckt sind im Kontext dieser Individualisierung und dieser ganzen Systematik, die damit einhergeht. Ja, und wie ihr schon bei all dem, was wir sagen, raushört, ist das ein sehr komplexes Thema von den Folgen. Also wir haben ja jetzt schon mehrere Sachen angeschnitten, aber so ganz können wir das nicht darstellen. Und ich merke auch gerade, dass ich total Lust habe, eigentlich noch über ganz viele einzelne Punkte noch mal genauer zu sprechen. Und mir fällt auch die ganze Zeit ein, wie wir auch schon einzelne Sachen angeschnitten haben. Eine von unseren etwas unbekannten Folgen war ja auch über passenderweise die unbekannten Folgen von Umweltzerstörung, wo wir beispielsweise über Lichtverschmutzung sprechen, was auch für die gesundheitlichen Folgen ein riesiges Ding ist. Gleichzeitig könnte man noch darüber sprechen, was es jetzt an sozialen Sachen gibt, wie sich beispielsweise Ausdrucksweisen, wie sich Rhetorik, wie sich Umgang miteinander von den Menschen auch wirklich in der Sprache direkt durch eben jetzt diese starke Abhängigkeit von Medien noch mal verändert. Und das sind alles Punkte, die können wir jetzt nur anschneiden, weil da müsste man sicherlich auch noch mal mehr zu lesen und auch dem allen dann wirklich den gebührenden Raum geben. Aber damit es jetzt nicht nur, und das war ja jetzt viel in der Folge, so tragisch, traurig und trostlos ist, wollen wir zum Schluss natürlich auch noch mal einen Ausblick geben und auch darüber sprechen, wie gehen wir damit um, wie kann man damit umgehen. Ja, auf einer individuellen Ebene ist es, denke ich, so, dass wir einen kontinuierlichen Anspruch in unserem Leben verfolgen, da auch mal wieder draus auszubrechen. Es wird immer ein Teil von uns bleiben, diese ganze Fähre, und es ist ja auch ein Bereich, der, wie du ja schon angeschnitten hast, auch uns etwas gibt und der auch wichtig für uns ist und einfach Teil von unserem Leben ist und auch nicht mehr rauszulöschen ist oder so und auch aus dem allgemeinen Leben, was wir führen, einfach unmöglich herauszulöschen ist, allein schon wegen Arbeit, wegen allen möglichen Bereichen, aber wir probieren trotzdem immer da dran zu bleiben, probieren eben, zum Beispiel, Joshua, du hast was gesagt, aktiv Sport zu machen, wir probieren immer kollektive Projekte zu entwickeln, die auch außerhalb dieser Sphäre sind und immer wieder uns auch gegenseitig zu motivieren, immer wieder das Kollektiv zu suchen, immer wieder diese Ansätze, das ist ja nicht nur, was wir hier labern, sondern was wir auch wirklich probieren, unseren Leben umzusetzen und was uns auch Halt gibt und was uns da in diese Richtung halt eben aufbrechen lässt. Also, um es nochmal zusammenzufassen, sucht euch einfach mehr Sachen, wo ihr nicht auf dem Bildschirm starrt. Wir probieren das auch, es ist a hard way to go, aber in die Natur, Sport machen, kollektive politische Projekte machen, Kämpfe führen, die auch außerhalb des Internets sind, da muss man einfach immer dranbleiben und das immer auf dem Schirm behalten. Wenn ihr es mal vergessen solltet, hört die Folge einfach nochmal. Und zum Abschluss lässt sich natürlich auch noch sagen, das ist jetzt alles sehr individuell gewesen, haben wir auch bewusst so gemacht, das ist ein Thema, was eine große politische und gesellschaftliche Tragweite hat. Es wäre super spannend, das nochmal auf so einer allgemeinen politischen Basis zu betrachten. Was hat eigentlich das Internet, wozu hat es geführt, in der gesamten Veränderung der gesellschaftlichen Struktur, in dem, wie wir zusammen leben, ist es wirklich so, dass es jetzt, wie das oft dann beschrieben wird, ja, die sozialen Medien führen dazu, dass jetzt auch so soziale Proteste und so weiter, dass man sich da besser vernetzen kann und dass die Menschen eigentlich besser vernetzt sind und so weiter und so fort oder ist das Gegenteil der Fall, die Invalisierung des Menschen schreitet voran. Alles, was wir auf unserer individuellen Ebene vielleicht auch beschrieben haben, was wir dann für uns erleben, schreitet auch auf einer gesellschaftlichen Ebene voran. Das sind natürlich alles Fragen, die eine ganz hohe kollektive Bedeutung eigentlich für uns haben. Und in diesem Sinne werden wir sicherlich auch nochmal uns dieser Frage näher widmen, aber für heute haben wir eben probiert, euch einen kleinen individuellen Eindruck zu liefern, wo ihr euch vielleicht wieder drin finden könnt, wo ihr euch vielleicht mit identifizieren könnt und wenn das gelungen ist, dann haben wir schon heute viel erreicht. Ja, und genau deswegen finde ich es auch nochmal wichtig, eben zum Schluss zu sagen, lasst euch nicht davon einlullen, was diese ganzen großen Konzerne, was diese ganzen Medientreibenden euch dann immer versuchen zu suggerieren. Wenn sie für ihre Produkte werben, wenn sie für ihre neuen Apps werben, dann zeigen sie nie den Typen, der noch kurz vorm Schlafen gehen überall seine Apps checken muss, um nachzugucken, ob nicht noch noch irgendwas reingekommen ist. Die Frau, die auf der Arbeit den ganzen Tag einfach nur auf diesen hellen Bildschirm startet und irgendwelche blöden Excel-Tabellen bearbeitet, sondern es sind immer irgendwelche lachenden Menschen von der ganzen Welt, die zusammenkommen und Spaß haben und ja, sie werben ja gar damit, dass man hier wirklich im Endeffekt die Essenz des menschlichen Zusammenseins finden kann. Und lasst euch nicht von dieser Propaganda wirklich einnehmen, weil genau das, was sie euch da versuchen zu verkaufen, was ihr auch sucht, was viele von euch wahrscheinlich auch jetzt bei den ganzen Beschreibungen, die wir geliefert haben, vermissen und widersuchen. Lasst sie euch nicht weismachen, dass es einfach nur einen weiteren Schritt von Social Media, einen weiteren Schritt von modernen Medien braucht, um euch genau das zu geben, sondern geht nach draußen und ja, so einfach wie es gesagt ist, sucht es euch da. Ja, das war doch jetzt so ein schöner Appell, ihr hättet jetzt auch von Mama kommen können. Ja. Das ist ein Abschlussappell, wir gehen da raus und die Kiste zu, aber so ist es ja im Prinzip auch und leider können wir natürlich auch diesem Anspruch für uns selber immer nicht ganz gerecht werden, wie wir das schon beschrieben haben und die ganzen Streamingportale, die wir bezahlen müssen, die kosten einiges an Geld und von daher sind wir natürlich auch immer in freudiger Erwartung auf eure Spendenbeiträge, dass wir unser Dasein in der virtuellen Welt auch noch bezahlen können und natürlich auch Spaß beiseite auch unser Projekt hier weiter betreiben können, da freuen wir uns immer drüber, wenn ihr uns da unterstützt und auch ansonsten unterstützt, indem ihr die Folge weiter verbreitet, indem ihr auch uns eure Geschichten erzählt, zum Beispiel im Livestream, der jetzt immer mittwochs immer ab 20 Uhr stattfindet, also eine Stunde später start weiterhin auf Bildschirme, kommt in unseren Livestream gegen Medienabhängigkeit und erzählt uns da von eurer Medienabhängigkeit im Livestream. Da könnt ihr wirklich mit uns interagieren, da erlebt ihr uns mal ganz menschlich, ganz direkt. Ja, und genau deswegen zum Schluss noch einmal auch wieder von MGMT zitiert, Last thing that you need is a new shiny feature. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Gott ist